Europa zu Gast im Berliner Schloss Charlottenburg im 50. Jahr der Europäischen Union und nach fünf Jahren erfolgreicher europäischer Kommunikation lädt Media Consulta zur Jubiläumsfeier seines panneuropäischen Netzwerkes ein. Vertreter aller 44 MC-Netzwerkagenturen sind zum großen europäischen Gala-Dinner in die Orangerie des Schlosses gekommen. Der Abend steht ganz im Zeichen der Geschichte Gegenwart und Zukunft Europas. Einer der ganz großen Wegbereiter der Europäischen Union darf dabei nicht fehlen. Als Ehrengast des Gala-Abends begrüßt Harald Zulauf, CEO von Media Consulta, Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Wir sind schon eine Einheit in Europa. Wir haben eine kulturelle Einheit. Und jeder Teil gibt ein Stück dazu. Und wissen Sie, da kann man doch nicht räumen. Schon seit Jahren begleitet Media Consulta die rasante Entwicklung der Europäischen Union mit integrierten PR- und Werbekampagnen. Als einzige deutsche Agentur hat MC ein internationales Netzwerk mit mehr als 1300 Mitarbeitern aufgebaut und ist heute in allen 27 Mitgliedstaaten der EU vertreten. Damit ist Media Consulta das am schnellsten wachsende Agenturnetzwerk in Europa und Marktführer in den Bereichen Corporate Communications, Jugendmarketing und institutionelle Kommunikation. MC bringt Europa den Bürgern nahe. Media Consulta ist quasi aufgewachsen mit der Europäischen Union. Bereits fünf Jahre nach Gründung, 1993, haben wir 1998 eine Kampagne in Lettland gemacht zur Einführung der Umsatzsteuer, um den Letten Umsatzsteuer beizubringen, damit sie in der EU eintreten können. Und ab 2002 haben wir sozusagen als bisher einzige deutsche Agentur ein pan-europäisches Network gegründet, das heute in allen 27 Ländern der Europäischen Union vertreten ist. Gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung sind dabei stets vorrangige Interessen des Agenturnetzwerkes. Mit erfolgreichen Kampagnen, etwa zum Nichtraucherschutz oder zum Thema Antidiskriminierung, bringt MC kommerziellen Erfolg und soziale Prinzipien in Einklang. Mit einem neuen sozialen Projekt wird MC andere an diesem Erfolg teilhaben lassen. Wir wollen auch etwas zurückgeben, wir wollen auch eigene Verantwortung zeigen und wir haben daher mit UNICEF und der Nelson Mandela Stiftung vereinbart, dass das Media Consulta Network von nun an jährlich eine neue Schule in Afrika baut, die Schüler mit Schulmaterialien versorgt, die Lehrer ausbildet und damit einen Beitrag von MC zu den UN Millennium Goals zu geben. Und so wurden in der großen Orangerie 50 Jahre Europäische Union und 5 Jahre Europäische Kommunikation bis in den Abend hinein diskutiert und gefeiert.